Kollegen, wir haben einen Fall. Justus Jonas von den drei Detektiven? Die berühmtesten Detektive der Welt. Dieses unverschämte Plappermoll treibt mich noch in den Wahnsinn. Noch eine Vase. Eine römische Amphore, Tante Mathilda. Keine Vase. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherche und Archiv. Bob Andrews. Wir machen ein Praktikum bei meinem Dad Justus. Drei Fragezeichen in Rumänien. Herzlich willkommen auf Schloss Pietra. Ein altes Schloss. Ein verschwundener Junge. Führen Justus, Peter und Bob in ihr spannendstes Abenteuer. Wow. Bist du schon wieder im Detektivmodus? Ich habe mich wirklich eingesetzt für euer Praktikum. Kollegen, wir haben einen Fall. Können Sie das Rätsel lösen? Niemand verschwindet spurlos. Leute, das war echt ein knapp Fingerspitzengefühl erster. Das war ja bekanntlich noch nie deine Stärke. Hier spürt es. Wow. La Draculaia. Der Drache. Dracula? Wir müssen heute Abend nur mal in den Gang. Ihr hört das doch auch, oder? Was denn? Und das, was keiner wirklich weiß, ist, was am Ende von uns bleibt. Außer Memories und Stories und den Bildern unserer Zeit. Die drei Fragezeichen. Erbe des Drachen. Wir sehen uns morgen, Kollegen. Justus, Fiona. Ich komme ja, Tante Mathilde. Nur im Kino. Für die drei Fragezeichen. Wir sehen unsлонinos. Vielen Dank.